So da, hallo, grüß euch, guten Morgen. Wir sind heute auf der ENZ unterwegs und werden ein bisschen vor allem probieren. Wir haben heute zwei Gäste dabei, beziehungsweise sind wir die Gäste heute, in Taps und in Benni. Wir werden uns heute auf euren Spot zahlen, beziehungsweise leiten uns hier ein bisschen auf den Tag. Und, passiert uns mal was. Was sind wir heute? Ja, wir probieren uns jetzt ein bisschen mit Schleppen in der ENZ. Und wir schauen, dass wir in die Bach und ein paar Hechte erwischen. Ein Borgler, oder wie? Sehr gut. Ja, passt. Und, hoffen wir, dass es geht. Ja, alles gleich. Dann, Petri Heilburschen. Petri Heilburschen. Dann sehen wir sich raus und raus. Tour. 1 3 3 4 5 3 5 4 5 5 Scheiße! Ah, du Saar! Echt, oder? Echt, ja! Wenn das verröhnt war... Ja sicher, da! Schwanz aufbissen! Fuck! Der Hand ist eingeschossen! Alter, der war massiv! Schau einmal! Da hinten die Zahnspuren und am Schädel auch. Komplette Länge! Okay, das war massiv! Ah, da! Ein Leckasch, das war cool! Das war cool! Das ist bitter, he? Übrigens, das waren die ersten 10 Wurfen im neuen Riquity Roach in 18cm Lange es nicht dauert bis er angepackt ist Da herbei ist er gestanden! Der Sackt her! Hat ihn aber voll genommen! Denne erklären wir mal die super Jasen-Schild, die du da mit hast! Also das ist eine super Jasen-Lunchbox Ich glaube die gibt es beim Ikea mit Hänge! Dann gibt es glaube ich da so drei Geschichten Wenn du vollen Hunger hast, dann machst du einfach die zwei Hänge rauf, hebst du das runter, dann hast du die große Jasen! Dann hast du das Trick hergekriegt! Mit Liebe! Dann wenn du nicht so einen großen Hunger hast dann hebst du den oberen Deckel runter und da ist dann nur eine kleine Jasen drin mit so Gurken anzusehen! Und das allergeilste kommt jetzt! Für einen kleinen Hunger kannst du dann oben noch was runter und dann hast du die Nachspeise oben! Ist geil oder? Bitte fang mit so was heute! Das ist einfach mein Leben! Magst du dir eine Saarricht nehmen? Nein, danke! Ich muss ihm jetzt einmal gönnen da, Alter! Ich habe den Fangs X! Das ist für mich so wie für dir das Naal! Ah, der Nabil! Das ist voll geil, Alter! Ich liebe diese Box, Alter! Ja, das ist ja auch schon leer! Fat 30 an после der Zeit würde, bis mir etwas zu Mỹ! Hattest du ein Fahrzeug superfalt! Dreckigosphere traってig Нав du dich! Ja klar, ohnehin! Ja! Duarger dever! Durch das Teatro segregat持 feels ganz Leami normal, Ja! Er ist ein Element für nur die sind Dreckig decide, ein Konfigieren und schmerzenency! Ich muss sagen, das neue Roach hat mein Herz schon erobert. Das ist wie wir. Du hast mein Herz schon lange erobert. So lange ich nicht komplett gleichgestellt werde mit deiner Roach. Ein bisschen der Unterschied muss schon sein. Roach ist Pizze, gell? Nein. Einfach ein anderes Anwendungsgebiet. Der ist irgendwie nicht normal. Der schlackt mir. Der ist sicher. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Ich denke mir die ganze Zeit, ich weiß, ich kann ein Oster sein. Du bist ein Klassiker. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Oida, oida, oida. Das ist unter mir. Jetzt, warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Oida. 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 Du bist super. Schade, ich bin das bei Hechtköder. Das ist bei Hechtköder. Oida, ich denke mir auf Süßenlecht. Du bist draußen mit Hechtköder. Oida. Oida. Oida, das ist geil. Oida, das ist mein erstes Intergress. Oida, ich sag's euch, das war gerade so ein komisches Szenario. Ich hab noch nie in meinem Leben so ein komisches Szenario gehabt. Und ich bin wirklich schon so lange gefischen, weil das war gerade echt richtig komisch. Wir haben dann gerade geschleppt und waren zuerst im Freiwasser in der Mitten hier raus und haben wir mitten geschleppt. Dann haben wir gesagt, wir fahren ein bisschen Zubi. Dann sind wir ein bisschen Zubi gefahren ans linke Ufer. Und irgendwie hab ich dann einen Wobbler oben gehabt. Der war auf 2,5-3 Meter circa rund. Und ich hab mir schon gedacht, da wird's flacher, da wird's flacher. Und hab dann auch zufällig zu meinen Ruhren geschaut. Und auf einmal ist die Huren-Spitzen schon gegangen. So, so dumm, dumm, dumm. Und ich hab mir gedacht, der hat schon einen Grundkontakt, der Wobbler. Und ich hab mir gedacht, ich sammelt da nicht jetzt alles auf am Boden. Ich hab mir gedacht, da sind jetzt so ein paar Assel drauf, ein bisschen Leib drauf. Und ich hab die Huren dann einmal genommen und hab dann Schwierigkeiten gehabt, dass ich das überhaupt aus dem Hurenhalter rauszubringen. Und ich hab die dann gehoben. Und auf einmal ist da Widerstand drauf und einmal hab ich überschlagen gespielt. Und ich hab mir gedacht, nein, das kann noch alles da sein, was sich da ein bisschen ein bisschen reinstellt in die Strömung. Und hab das dann einfach reingelärt, wie so einen nassen Sog. Und irgendwie komplett geschissen einfach nur. Und auf einmal, wenn man dann schaut, das ist ein Fisch. Und dann war es wirklich ein Fisch. Also irgendwie komplett unspektakulär. Aber vor dem Boot hat es dann doch noch einmal durchgedraht, das Ding. Aber leider, jetzt haben wir es ins Leifeld und da fangen sie nicht mehr wirklich. Aber ich glaub, jetzt präsentieren wir es einmal, oder? Ja, es ist ein Se... Aha. Es ist ein Seferön, glaube ich. Es ist aber irgendwie komisch, weil es hier droht die Punkte. Aber ein richtig schönes Ding. Richtig fett und hoch. Richtig schöner Fisch. Jetzt kommen wir auf einen Platypuswobbler. In einem Feiertäger-Design. Also richtig schönes Ding. Ich bin... Sie ja, Kel. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, das hast du aber schon gesehen. Ja, sicher habe ich es gesehen. Da. 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 Blattibus. Blattibus aus Bending, Alter. Die Sau. Alter, was ist denn jetzt? Ich will einmal einen Fisch fangen. Ist der Drilling ja draußen? Nein. Okay. Leute, jetzt kriege ich dann einen Schreikrampf. 18 cm Rotsch. Prototyp. Ich habe genau einen Stikel von dem Drum. Jetzt habe ich vor dem Mettrigen nicht gehackt. Alter, was soll jetzt? Was ist denn jetzt los? Hast du das gesehen? Der hat zweimal nachgefasst. Über den Augenwinkel einmal, bumm. Dann schaue ich kurz hüten. Was ist jetzt? Auf einmal biegt sich das Ding komplett durch. Stüb mir der. Die werden wie spitz kommen besser. Vierte Fischkontakte. Jetzt schleppe ich mal ein Babybett. Oder ist das Babybett? Fettbett. Fettbett. Ich korrigiere. Fettbett. War ein geiles Tag. Kann man nichts sagen. Also wenn wir alles gefangen hätten, was wir dran gehabt hätten, da haben, wäre es ein Wahnsinn gewesen. Also ich kann für mich sagen, ich habe zwei Hechtenbrände und vier Faroen. Gefangen habe ich nichts. Aber es war trotzdem mega. Eine traumhafte Sefaröen haben wir im Boot gehabt. Sefaröen war echt top. Hat gut gepasst. Ihr habt auch etwas gefangen. Was habt ihr gehabt? Zwei Faroen und Eier. Lauter schöne Fischer. Hätte ich gesagt. War ein geiler Tag, oder? Hätte ich gesagt. Ich glaube, das müssen wir uns einfach noch einmal anschauen. Es ist jetzt über den Tag voll gedreht worden alles. Nicht unbedingt besser geworden. Schauen wir mal im Herbst rein, ob wir es noch einmal her schaffen. Das hat mir auf jeden Fall taugen. Ja, ja. Also, die Burschen, danke toll. Und bitte heilen noch für die restliche Saison. Bitte heilen. Danke. Bis gleich. Tschau, bitte euch.